Willkommen beim Kolgata World Cup Syll 2008. Es ist leider gerade kein Wind, aber es ist trotzdem jede Menge los. Hier ist das 25-jährige Jubiläum der größten Windzoll-Veranstaltung der Welt. Die besten 100 Fahrer der Erde sind hier am Start. Es ist ein Riesenpublikum und die Wind-Vorsage ist super, also bleibt dran. Die besten 100 Fahrer der Erde sind hier am Start. Jetzt soll ja viel Westwind sein auch noch, das ist schon klappen. Wir haben ja lange Ostwind gehabt in den letzten Wochen und jetzt soll der Wind, man sieht es jetzt schon auf Nordwest, wir sind morgen auf Südwest und ich denke mal Slalom fangen wir morgen an. Sonntag sieht es auch gut aus, aber Mitte der Woche kommt dann sehr viel Wind. Schauen die Jungen mal kommen, sie müssen mal zeigen, was sie können. Und kaum taucht Björn auf, verdunkelt sich die Sonne. Genau, so ist das. Und das noch ein Jubiläumsjahr. Perfekt. 25 Jahre. Wer hätte das mal gedacht? Liebe Zuschauer. Ich kann nur sagen, kommt nach Sylt, zum Colgate World Cup Sylt. Dies Jahr zum 25. Male. Ihr habt gesehen, Björn Dunkerbeck dabei, viele andere Stars. Klaas Vogel, Team Germany, André Paskowski. Einfach legendäre Namen wie Jason Polakoff, Nick Baker, Anthony Albo, also nur Stars hier. Eine Menge Party, der Wind verspricht sehr gut zu werden. Wir werden eine Menge Action sehen, Slalom, Freestyle, wahrscheinlich sogar Wellenreiten. Also wer nicht kommt, ist selber schuld, kommt nach Sylt.